Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin heute hier mit meinem Freund Jan. Der macht ein kleines Video. Hier sind wir in meinem wunderschönen Zimmer. Jan wird versuchen, mich und euch zu verschalten. Ich werde jetzt gleich vor die Tür gehen. Er wird sich positionieren und er hat dafür genau 20 Sekunden. Ok Leute, ich gehe da vor die Tür und Jan hat 20 Sekunden. Ich bin richtig, richtig gespannt, was er da so treibt. Wie er uns erschrecken will. Er hat jetzt einfach nur noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1, Go! Wow! So. Warte. Oha! Er war... Diese 31er. Jetzt mache ich das gleiche. Ich muss ihn jetzt erschrecken. Ich lasse mich doch sowieso. Extrem leicht erschrecken. Aber jetzt 20 Sekunden ungefähr. 你們 haben sie mit Kuss Young und an wenn man ein kleines Bildi verraten können. Jetzt mache ich das schon so. Möww! 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 Kannst du mal checken, steht da hinter der Tür? Wahrscheinlich nicht. Wo ist er? Ach, Hendrik. Ah, Janik. Sag, das ist sein kleiner Bruder. Wie du einfach auf diesen reingefallen bist. Ich konnte nicht wissen, was du hinter bist. Ja, dann mach doch einfach die Tür auf, du Fisch. So Leute, ich geh jetzt raus. Er hat 20 Sekunden ab jetzt. Tschö. So. Weiter, 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 weiter. Leute, wenn euch dieses Video gefällt, lasst ein Like da. Lasst unbedingt auch ein Abo da. Erst mal Playmobil Kopf anzoomen. So Leute, wir können jetzt schon kommen. Wir haben das Klopfzeichen. 1, 2, 3 kommen. Janik ist da nicht drin. Der ist da oben. Wer ist da da oben? Da machst du ja nicht den, oder? Bumm. 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 Was ist das gleiche, Leute. Schickt auf jeden Fall meinen Shop aus. Mein Shop? Du verkaufst doch nicht diese Dinger. Doch. Jetzt verstecken haben sie ja gerade. So Leute, Jan könnt ihr auch mitmachen. Verstecken, verstrecken. Bis zum YouTube Video. Okay. So Leute. Lehnst du ihn dann doch hoch? So Leute, Jan muss jetzt wieder raus und ich muss ihn wieder erschrecken. mal gucken 20 Sekunden jetzt ey, hier nicht beide erschrecken 2 mal brüllen ist da gar nicht ich hab mich nicht wirklich erschreckt so Leute, das war natürlich schlecht von Janik und krass von mir so Leute ihr versteckt sich jetzt wieder, 20 Sekunden Zeit Janik ist jetzt noch mal dran ne, ich geh jetzt noch mal raus, dann ist Janik so denkt dran, auf jeden Fall diesen Chopper zu checken, die Kappen sind wirklich mega geil sehen von aus nicht geil aus, sind aber mega geil hier ist der kleine Pogoball als Wasserball und wir kommen jetzt so, das ist gerade ein Klopzeichen Janik so oh ja, leg mir das so viel an da hin ist er so, und jetzt geht Janik vor die Tür ich positioniere die Kamera warte, wo positioniere ich sie am besten und jetzt werden wir nein, 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 nein so Leute, jetzt verstecken wir uns go, 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 go so, ganz versteckt ihr schnell oh, ich weiß es da oben bist du der ist da nicht ich würde sagen da gehe ich noch mal kurz raus so leute leider gehen uns langsam die verstecke aus bitte schaltet jetzt noch nicht ab wir machen jetzt so rein zwei runden und die werden noch mal glaube ich richtig richtig intensiv ich katze kurz so dass ich bin jetzt wieder hier jetzt müssen die zwei klänkes versteckt haben so was ist viel zu früh deswegen ist nicht erschreckend jan kommst du da oben ok ich kratze kurz und wir sehen uns gleich wieder ja Leute wo ist der in den Schrank gucken da bin ich gerade vorbeigelaufen what the fuck digger was war hier oben checken wenn ihr ihn schon gesehen habt oder sie bei die beiden zusammen gesehen habt schon sagt auf jeden fall bescheid jetzt so definitiv nicht mal gucken unter der decke das erste kann ja eigentlich sein wo ist der was gott jetzt gott jetzt gott jetzt Okay, die beiden haben wir komplett die Ehre genommen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute. Ich war einfach hier drunter. Und er war einfach komplett im Karton, Leute. Wir machen jetzt noch einmal eine letzte Runde. Ich cutte. Bis gleich. So, Leute. Ich bin jetzt hier wieder. Und ich werde jetzt hier reingehen. Sie müssen sich schon längst gesteckt haben. So, oh ja. Janik, in der kleinen süßen Kiste. Eins, zwei, drei. Da bringt er mich. Hier unten ist er nichts. In dem Schrank dann sicherlich. Aude! Dann auch mit Bett. Boah! Ja! Okay. Das sind die beiden. Jo, Leute. Das war's mit dem Video. Lasst einen Like, dann lasst einen Abon. Wenn ihr mehr von Verstrecken und Erschrecken sehen wollt, dann werden wir es bald auch draußen machen. In anderen Zimmern, in zwei Zimmern. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!